Ich begrüße Sie zum Bible Talk. Auch heute wieder ein spannendes Thema, denke ich, dass wir anhand der Bibel studieren wollen. Aber zuvor stelle ich Ihnen noch gerne die Runde vor, wie wir hier zusammensitzen. Stefan Freiburghaus, hier drüben, original aus der Schweiz und lebt jetzt in Österreich und arbeitet mit jungen Leuten, studiert Theologie und versucht auch jungen Leuten die Bibel nahezubringen. Neben ihm Cornelia Zachuber, Lehrerin im Gymnasium für Englisch und Geschichte und im Nebenberuf auch eine Frau, die jungen Leuten die Bibel nahe bringt und versucht sie mit ihnen zu ergründen. Heinz Scheidinger neben mir, Dozent für Theologie, Kirchengeschichte, Lehrer für Geschichte und Philosophie am Gymnasium, hat seine Bibel lieb und studiert sie eifrig und wir sind froh, dass du da bist. Jonathan Walter zu meiner Linken, Theologiestudent, war auf einer einsamen Insel, glaube ich, ziemlich einsamen Insel im Pazifik, um dort Leuten zu helfen, Kindern und Jugendlichen und auch Erwachsenen zu helfen und ist gesund wieder zurück. Wir freuen uns und bringt sich hier ein, weil auch er die Bibel mag und schätzt. Ich habe einen Text zu Anfang, der uns gleich in das Thema einsteigen lässt und zwar in 1. Thessalonicher, das ist ein Brief, den der Paulus geschrieben hat, 1. Thessalonicher 4 und dort ab Vers 3. Und ich habe gedacht, ich lese mal ein paar Verse und dann können wir da in die Thematik am besten einsteigen mit ein paar Fragen, die sich daraus ergeben. Da heißt es hier, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht und an jeder von euch seine eigene Frau zu gewinnen, suche in Heiligkeit und Ehrerbietung nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Niemand gehe zu weit und übervorteile seinen Bruder im Handel, denn der Herr ist ein Richter über das alles, wie wir euch auch schon früher gesagt und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen heiligen Geist in euch gibt. Und dann heißt es noch weiter von der brüderlichen Liebe, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Und dann endet das in Vers 12, damit ihr ehrbar lebt vor denen, die draußen sind und auf niemanden angewiesen seid. Jetzt geht es mir um diese Frage der Heiligung. Geheiligte Menschen, die werden hier beschrieben. Geheiligte Menschen sind nach diesem Text offensichtlich Menschen, die anständig leben. Meine Frage ist jetzt, was heißt das eigentlich? Ist das schon genug, wenn wir sagen, das sind Menschen, die anständig leben? Oder was will Paulus hier sagen? Heiligung, heilige Menschen. Conny, was würdest du sagen? Ich meine, der Begriff Heilige ist ja sehr interessant, nicht? In unserer Gesellschaft sind Heilige in der Regel erstens tot. Und waren zweitens Menschen aller, allererster Klasse, die über allen anderen Menschen gestanden sind. Also mit dem Begriff Heilig sich zu identifizieren, da tue ich mir eigentlich aufs Erste sehr schwer. Und dass hier dann heißt, wir sollen Heilige werden, also im ersten Moment kommt mir das komisch vor. Ja, das stimmt, die Heiligen, das waren so ganz besondere Menschen, die besonders ehrenhaft gelebt haben, wenn ich an Mutter Teresa denke zum Beispiel. Und die werden dann heilig gesprochen von der Kirche, soweit ich weiß. Und die werden auch angebetet, können angebetet werden, können um Hilfe angerufen werden. Ist das das, was der Paulus hier meint, Jonathan? Das ist die Frage, was sagt die Bibel dazu? Was sagt die Bibel, vielleicht müssen wir das zuerst klären, was die Bibel unter Heiligung versteht. Also was die katholische Kirche herunter versteht, das wissen wir. Das sind eben Menschen, die viel Gutes getan haben und die besonders herausgehoben werden. Und wie du gemeint hast, dass man auch zu denen beten kann. Aber was sagt die Bibel dazu? Das wäre jetzt vielleicht interessant herauszufinden. Okay. Für mich hat der Begriff Heiligung etwas mit Heilwerden zu tun. Also ich denke jetzt gerade an die zwei Verbrecher, die links und rechts von Jesus am Kreuz hingen. Und der eine, der dann zu Jesus sagt, also eigentlich Jesus verteidigt und dann sagt, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Also mit anderen Worten, kannst du nicht noch was für mich tun? Ich möchte eigentlich, ich möchte noch was besser machen. Ja, aber er hatte keine Gelegenheit mehr dazu, weil er am Kreuz hing. Also der Tod stand vor der Tür. Und Jesus sagt ihm da, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Und ich überlege mir jetzt, was wäre, wenn er nicht am Kreuz gestorben wäre, sondern vom Kreuz runterkommt und dann in diesem Leben eigentlich mit Jesus gehen möchte. Ja, ich meine, er hat ein Verbrecherleben geführt und jetzt möchte er es doch anders machen. Also mit heilig leben war da nicht mehr viel drin, ne? Ich glaube, im ersten Moment... Man, er konnte ja nicht, er ist ja dann gestorben. Nein, das sicher nicht. Aber wäre er jetzt vom Kreuz gekommen, hätte er sich wahrscheinlich auch noch recht schwer getan mit heilig leben. Also es ist jetzt einfach so der Weg der Heiligung. Ja, wie würdet ihr das beschreiben? Anhand dessen, was jetzt Paulus hier im Essen-Thessalonicher-Brief sagt, was ist denn ein Heiliger? Also beim Durchlesen des Neuen Testaments vor allem wird klar, dass die Heiligen die Leute sind, die in der Gottesgemeinde leben. Das sind die Heiligen, nicht? Die Heiligen sind die, die sozusagen sich für ihren Gott aufbewahren, die sich also absondern von all dem, was mit diesem Gott nicht vereinbar ist und die mit diesem Gott leben. Wie Paulus an anderen Stellen ausdrückt, er lebt nicht selber, sondern Christus lebt in ihm und so. Das sind Heilige. Und die leben dann auch ein heiliges Leben? Die leben ein heiliges Leben in dem Sinn, dass sie eben von dem Geist Gottes, der in ihnen lebt, in ihrem Leben geführt werden. Ich denke, Heiligung und ein heiliges Leben, das hat viel mit der Beziehung zu Gott zu tun. Da, wo Gott ist, ist es heilig. Mir ist da gerade eingefallen, im zweiten Buch Mose, bei der Berufung von Mose, sagt er zu ihm, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Da, wo Gott ist, ist es heilig. Wenn wir Gott in unserem Leben haben, dann haben wir einen heiligen Einfluss, der uns heilig macht. Wobei das immer eine schwierige Frage ist, weil, was ist heilig sündlos? Ich meine, das ist immer die Assoziation, die man hat. Was heißt das konkret? Die Beschreibung, die Paulus hier gibt, ist deutlich. Er nimmt einige Beispiele, das ist ja nur pars pro toto, das ist ein Beispiel für das ganze Leben. Und im Prinzip ist der Grundtenor von alledem, das sind Leute, die die Liebe zum obersten Lebensprinzip gemacht haben. Das wäre sozusagen der Ausfluss des Charakters Gottes, der in ihrem Leben sichtbar wird. Jetzt habe ich einen Text im ersten Korintherbrief, gleich im ersten Kapitel. Und da steht, also das ist diese Einleitungsformel da, Paulus berufen zum Apostel Christi durch den Willen Gottes, an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus. Und in Kapitel 6, da steht dann, also da fängt es, ich denke jetzt mal an die ersten Verse, wo steht, man soll Dinge untereinander regeln und nicht woanders hingehen und Leute, die nicht glauben, über einen richten lassen. Und dann Vers 9, wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden, lasst euch nicht irreführen, weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, die begeizige Trunkenbolle und so weiter werden das Reich Gottes ererben. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus. Jetzt habe ich aber ein Problem mit Hebräer 12, Vers 14, denn da steht, jagt nach dem Frieden und eurer Heiligung. Jetzt ist meine Frage, sind wir jetzt geheiligt oder jagen wir ihm nach? Stefan, was würdest du sagen? Naja, es sind zwei Dinge, zum einen wird ja die Rechtfertigung hier auch angesprochen im Vers 11, ihr seid gerecht geworden, durch den Namen des Herrn Jesus Christus. Mit einem anderen Wort, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht gesprochen, das heisst, wir sind in den Bund mit Gott eingetreten, wir haben Ja gesagt zu ihm, er sagt eh Ja zu uns. Und dadurch sind wir jetzt gerecht geworden, also wenn Gott uns anschaut, dann sieht er Jesus Christus. Und das heisst, dann bin ich heilig. In dem Moment bin ich heilig. Wenn ich also Gott angenommen habe und er hat mich angenommen, bin ich heilig. Ja, so wie ich dann bin, bin ich vor Gott angenommen. Ja, das ist unbedingt so. Ich würde schon sagen, du bist ein Heiliger. Ja, aber was versteht man unter Heiliger? Ich meine, du bist in dem Moment der Verbrecher am Kreuz, ja, du wirst mit mir im Paradies sein. Ja. So wie du bist, bist du jetzt heil gesprochen, du bist gerecht gesprochen, ich nehme dich so an, wie du bist. Das heisst aber nicht, dass ich so bleibe, wie ich bin. Nein, ich möchte ja Christus ähnlich werden und darum jage ich nach dem Vorgespräch. Ja, aber meine Frage ist jetzt, bin ich ein Heiliger, weil ich in diesen Status versetzt worden bin oder muss ich erst Leistungen erbringen, sprich, muss ich heilig leben, damit man mich als Heiligen wahrnehmen kann oder damit ich heilig bin. Darf ich da auf einen Text verweisen noch mal ein paar Paulus, also Paulus schreibt viel drüber. Im ersten Korintherbrief, im ersten Kapitel noch mal, da sagt er zu den Korinthern, von ihm, das ist also von Gott, kommt auch ihr her in Christus Jesus, welcher uns gemacht ist von Gott zur Weisheit, zur Gerechtigkeit. Welcher Vers war das gerade? 30. Zur Heiligung. Also 1 Vers 30. Und zur Erlösung. Okay. Da kommt also raus, dass die Sache so ist, dass ich gerecht gesprochen werde, ich werde sozusagen auch heilig gesprochen in diesem Akt der Rechtsprechung, aber wenn es das meint, dass die Liebe Gottes zu meinem Lebensprinzip wird, dann geht das Leben ja weiter. Ich sterbe nicht jetzt in diesem Augenblick, also muss auch die Heiligung weitergehen, denn jeden Tag in meinem Leben werde ich vor neue Situationen gestellt, wo ich mich fragen muss, als ein Kind Gottes, wie verhalte ich mich jetzt? Wobei das nie ein Selbstläufer wird, weil mein Problem mit diesem Begriff heilig, in dem, wie wir es verwenden, ist immer, wann bin ich so weit, dass ich gut genug bin? Ja, das ist nicht der Punkt. Und wenn ich den Jonathan richtig verstanden habe, hat heilig immer mit der Anwesenheit Gottes in meinem Leben zu tun, das heißt, ich bin nie in dem Sinne heilig. Heilig ist immer ein Attribut, das sagt, Gott ist in meinem Leben und nie, ich bin, ich habe es erreicht. Ich denke, Jonathan, bist du ein Heiliger? Ich denke, schon. Okay. Wie fühlst du dich als Heiliger? Ich meine, ich fühle mich als Heiliger dadurch, dass ich Gott in meinem Leben habe. Ich will Gott in meinem Leben haben und er hat mir versprochen, dass, wenn ich das möchte, er erst da sein wird. Und für mich hat dieser Text aus Exodus schon diese Bedeutung, dass Gott, wenn in meinem Leben ist, er ist heilig, wenn ich in seiner Anwesenheit bin, heiligt er mich auch. Er sagt ja auch, der Paulus, unser Körper ist im Tempel des heiligen Geistes. Aber da muss ich mich auch als Heiliger erweisen, oder? Dann darf ich nicht mehr sündigen. Man sollte vielleicht das von einem anderen Sprachpunkt mal betrachten. Überlegen wir uns mal, gibt es Halbheilige in der Bibel? Halbheilige? Halbheilige. Also wie die Seligen, es gibt ja nicht schon Heilige. Nein, der Punkt ist der, wenn ich also sage, heilig ist ein Attribut, das ich bekomme, wenn ich eine gewisse Leistung erbracht habe, dann habe ich ein Viertel, halbe, dreiviertel, endlich die ganze Leistung erbracht, jetzt bin ich heilig. Aber das ist nie der Gedanke. Ich bin deshalb heilig, weil ich Gott gehöre. Es gibt keine Halbheiligen. Und als Heiliger, der ich jetzt Gott angehöre, sagt Gott zu mir, komm, jetzt gehen wir miteinander durchs Leben. Und dieses Miteinander durchs Leben gehen wird natürlich sich so abspielen, wie Gott das möchte, weil ja er mein Gott ist und weil er in mir lebt. Und das ist die Heiligung, das geht praktisch immer weiter. Ich bin ein Heiliger und bleibe ein Heiliger. Das ist keine Statusbeschreibung, wie weit ich schon gekommen bin. Aber wenn ich jetzt Sünde tue, dann bin ich in dem Moment nicht heilig, sondern werde dann wieder heilig? Der Punkt ist, dass auch ein Heiliger in Sünde fallen kann. Aber dann ist er nicht heilig. Das muss man mal so ausgesprochen haben. Es gibt den Aufruf, die Bibel im Neuen Testament macht uns den Aufruf. Johannes sagt das in seinem ersten Brief im zweiten Kapitel, Vers 1. Dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Wenn aber jemand sündigt, haben wir einen Fürsprecher. Das heißt, der Heilige soll sich als Kind Gottes betrachten und ihm nachfolgen. Das heißt aber nicht, dass ihm nicht in seinem Leben etwas passieren kann. Und wenn ihm was passiert, dann hat er wiederum den Weg, den alle Menschen haben, die ihre Sünden vergeben haben wollen. Er kann sich an Gott wenden, an Jesus und um Vergebung seiner Sünde bitten. Aber er ist ein Heiliger, weil er Gott gehört. Wenn man Heiligsein ein- und ausschalten könnte, das wäre ja furchtbar. Das wäre ja furchtbar. Das hätte ja dann wieder nur mit mir zu tun. Aber ich glaube, genau in diesem Bewusstsein des Heiligseins, so wie es der Jonathan vorher schön gesagt hat, ich glaube schon, dass ich heilig bin. Ich meine, wenn wir lesen in Römer 5, Vers 1, da heisst es, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Für mich liegt darin und in dem Gedanken, dass ich heilig bin, dass ich bei Gott angenommen bin, dass er mit mir ist, dass er in mir wohnt. Das ist eine riesige Kraft, das ist eine riesige Freude, das ist eigentlich die Kraft des Evangeliums. Ich stimme zu, vielleicht sollten wir eines noch mal gut voneinander unterscheiden, obwohl es ja zusammengehört. Die eine Sache, wenn du Römer 5, Vers 1 zitierst, ist, dass ja dort die Rechtfertigung angesprochen wird. Ich werde von Gott gerecht gesprochen, weil er mir meine Sünde vergibt, weil ich ihn darum bitte, weil ich meine Sünde bekenne. Das ist die eine Sache. Und in diesem Augenblick bin ich auch geheiligt, weil er mich zu seinem Kind macht. Aber wenn wir jetzt das Thema Heiligung als Lebensprinzip diskutieren, sprechen wir noch von mehr. Wir sprechen davon, dass auch morgen, wenn ich aufstehe, und übermorgen und übermorgen, mein Leben sozusagen dem Sinne Gottes entsprechen soll und sozusagen die Sünde aus meinem Leben mehr und mehr weist. Das heißt, ein Prozess. Es ist ein Prozess, richtig. Also das gehört auch dazu, auf der anderen Seite. Und zwar weicht sie nicht, weil ich immer besser werde, sondern sie weicht, weil Gott immer mehr Raum bekommt in mir. Okay. Ja. Und es geht nicht mehr um die Sünde. Der Fokus liegt nicht darauf, wie viele Sünden ich noch mache, sondern der Fokus liegt darauf, dass Gott immer mehr Raum bekommt, weil ich immer mehr verstehe, was das mit dem echten Leben zu tun hat. Okay. Jetzt habe ich einen Text im Römer 12. Da hatte ich mal einen, den aufzuschlagen. Der scheint mir ziemlich krass zu sein. Da steht, erste Verse, Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und gut wohlgefällig ist. Das soll euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Warum kriege ich da das Gefühl, dass das so nach Mönchtum klingt, so Mittelalter? Meinen Körper gebe ich als Opfer. Ich halte mich von der Welt fern, beziehungsweise ich stelle mich nicht der Welt gleich. Ist das Heiligung? Wäre das das Einfachste? Ich gehe ins Kloster? Also ich glaube, dass dieser Vers hier Heiligung beschreibt. Aber ich glaube nicht, dass er vom Kloster redet. Okay. Denn es geht hier um ein lebendiges Opfer. Das ist ja eigentlich ein interessanter Gedanke hier. Ein Opfer, das ist für uns dazu da, dass man es tötet. Und in dem Sinn würde ich auch meinen Leib töten nicht und würde das alles zum Opfer geben. So in dem Sinn versteht man das. Weil das ist ja nicht gemeint. Gemeint ist, es soll ein lebendiges Opfer sein. Das heißt, ich soll mit meinem ganzen Leben, Leib meint jetzt das, was ich tue, mein ganzes Leben. Das soll ich Gott geben und das soll dann für ihn leben. Da ist nichts mit Kloster, sondern da fange ich erst richtig an. Das ist nichts mit Abgeschiedenheit. Und trotzdem heißt es, und stellt euch nicht diese Welt gleich. Und ich denke, für mich persönlich, als ich zum Glauben kam, hat es schon auch ganz wichtige Dinge, musste ich wichtige Dinge einfach sein lassen. Was heißt hier musste ich? Ich wollte, ich konnte gewisse Dinge einfach nicht mehr tun. Warum hast du sie sein lassen? Warum? Weil sie mich, wie soll ich sagen, zu Fall gebracht haben. Weil sie in mir etwas kaputt gemacht haben, was Gott eigentlich wiederherstellen wollte. Ich meine, ich bin ja viel mit jungen Leuten zusammen. Und ich höre von diesen jungen Leuten immer wieder, na ja, heilig leben, das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich will. Da muss ich ja auf das verzichten, auf das verzichten, auf das verzichten. Und das darf ich nicht machen, das darf ich nicht machen. Da habe ich ja keine Freude mehr am Leben. Und das ist natürlich, das scheint das auszudrücken. Gib ein Opfer. Und ich kenne Christen, die sagen, na ja, also wenn du zu Gott kommst, dann wird erstmal alles besser. Und Jesus ist dein Freund. Und das ist alles wunderbar. Und du wirst einen völlig neuen Inhalt in deinem Leben finden. Und das ist alles positiv. Und dann komme ich mit diesem Text, du musst dich aber als Opfer geben. Und da sagt mir so ein junger Mensch, hat dich eigentlich nicht vor. Was machen wir jetzt damit? Jonathan, Entschuldige. Ja, also ich muss sagen, bei mir war das auch so. Ich habe auch immer wieder gehört, wenn du mit Jesus lebst, dann ist alles super. Und du willst dann nicht mehr diese Dinge tun. Und für mich hat das immer so, hatte ich das eher komisch angehört. Und ich dachte mir, okay, was geht ab? Und ich habe dann gemerkt, als ich meine Bekehrung hatte, also als ich mich Gott hingegeben habe, dass er in mir die Motivation gegeben hat zur Veränderung. Weil von mir aus wollte ich Dinge nicht aufgeben. Ich will nicht einfach jetzt diese ganzen tollen Sachen, die man vorher mag, auf einmal aufgeben. Das kam nicht von mir. Gott hat in mir die Lust an diesen Dingen weggenommen. Und ich wollte, diese Texte wurden dann bedeutsam. Ich wollte nicht mehr der Welt gleich sein. Das hat Gott in mir gemacht. Das habe nicht ich selbst entschieden. Okay, jetzt darf ich nicht mehr der Welt gleich sein. Jetzt werde ich mich selbst kasteilen und so weiter. Überhaupt nicht. Aber das war das Stichwort. Du hast gesagt, als ich mich Gott hingegeben habe. Hier heisst es auch, dass ihr eure Leiber hingebt. Hingeben. Also im Sinn, ich weiss zwar wohl, was richtig ist, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Gott tut es immer. Aber ich gebe nicht Gott hin und ich möchte das. Gott, ich möchte es. Ich sehe es ja ein, dass das und das nicht richtig ist. Und er vollbringt es. Er vollbringt es. So ist es. Aber es ist nicht, dass wir sagen, naja, ich meine, bevor du jetzt zu Gott kommst, dann musst du zuerst das, das, das und das und das und das. Du musst alles zuerst erledigen, bevor du zu Gott kommen kannst. Das ist nicht der richtige Weg. Weil es auch nicht geht. Es muss die Ohnmacht sein und dann die Bereitschaft, sich Gott hinzugeben. Und er wird die Heiligung in uns weiterführen. Darf ich noch einen Hinweis geben? Ja, bitte. In diesem Römer 12, 1 und 2, in diesem Text, wo es darum geht, dass wir unser Leben Gott hingeben, damit wir dann durch die Veränderung unseres Sinnes erkennen, was der Wille Gottes ist, das Vollkommene, das Gute, das Wohlgefällige. Das ist in dieser Formulierung viel umfassender als jede Art von Gesetzeskodex. Wenn wir überlegen, wie man oft an das Gesetz Gottes herangeht, zum Beispiel. Das sollen wir tun, das sollen wir tun, das sollen wir nicht tun. Und dann haben wir es abgehakt und das sind jetzt die Gebote und die halten wir. Römer 12, 1 und 2 geht viel weiter. Gott besitzt uns hier mit Haut und Haar, bis in unsere innerste Seele. Da geht es längst nicht mehr um Gebote halten. Wenn ein Christ, der so lebt, der lächelt, wenn er zu den Geboten befragt wird, das ist überhaupt nicht mehr wichtig. Ich meine, ist das wirklich so, wie Jonathan gesagt hat, dass das praktisch dann in mir selber entsteht? Ich erlebe das auch so, dass Leute dann in der Kirche sagen, also das ist jetzt heilig und das ist nicht heilig und wenn du nicht so bist, dann bist du nicht heilig für uns. Aber ich habe das jetzt beim Jonathan ganz anders verstanden. Ich erlebe das eigentlich nur ein wenig anders. Also im positiven Fall passiert das, dass ich das gar nicht mehr will. Ich erlebe andere Momente, wo ich mir sehr wohl jetzt nicht so davon überzeugt bin, dass ich das nicht mehr will, was zum Beispiel nicht gut ist für mich. Auch wenn ich sagen würde, es ist nicht gut für mich, es ist nicht der Wunsch plötzlich weg, dass ich es nicht mehr will. Ich erlebe etwas anderes, ich erlebe, dass ich die Freiheit zurückbekomme. Für mich ist Heiligung, ich bekomme die Freiheit zurück, das zu tun, was gut ist, was wohlgefällig ist, was für mich, was mir dient, was anderen dient, was ihm letzten Endes und wichtig Gott dient. Und ich kann es jetzt, ich kann mich entscheiden, was ich ohne Anwesenheit Gottes im Leben nicht könnte. Denn ich müsste immer das tun. Auf den Decke ich es jetzt erst. Ja, ich müsste immer das tun, was mir als erstes Innen, wonach mir als erstes Innen ist. Jetzt habe ich noch einen Text beim Petrus. Und der Petrus ist ja bekannt dafür, dass er recht praxisbezogen ist. Zweiter Petrus, Kapitel 3. Da sagt er folgendes, ab Vers 11. Nachdem er schildert, dass also der Tag des Herrn kommen wird und dass alles mit Krachen zergehen wird, alles kaputt gehen wird, vor Hitze schmelzen wird und so. Und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden, Vers 10, dann Vers 11. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel vom Feuer zergehen, die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Und dann Vers 14. Darum, meine Lieben, während ihr darauf wartet, seid bemüht, dass ihr vor ihm unbefleckt und untadelig im Frieden befunden werdet. Jetzt muss ich, ich muss einfach die Frage stellen. Das hört sich für mich nicht nach Genieße das Leben an. Schließt sich das aus? Ein heiliges Leben hat mit Lebensgenuss nichts mehr zu tun, oder? Also wenn ich Prediger studiere, ein eigentlich depressives Buch scheint, das nicht viel bietet, dann heißt es dort, die Konklusion ist, iss und trink und genieße das Leben mit deinem Weibe, das dir Gott geschenkt hat. Nein, 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 das meint es nicht. Also sicher nicht. Also wir dürfen das Leben geniessen, aber einfach nach der Erkenntnis dessen, die uns Gott schenkt. Also ich meine, eben, der Räuber am Kreuz, der war geheiligt, der war angenommen bei Gott. Und jetzt steigt er herunter und er beginnt sein Leben und Gott wird ihm zeigen, ganz nach seinem Tempo. Aber in jedem Schritt, wenn er will, wenn er gehorsam leistet, ist er geheiligt. Das heißt, wenn es nach unterschiedlichem Tempo geht, dann heißt das, jeder ist unterschiedlich heilig. Nein, das haben wir vorher schon geklärt. Das hatten wir schon. Der Punkt ist, dass Petrus hier von den extremsten Dingen redet, nicht? Er redet vom Ende der Welt, er redet davon, dass Menschen verloren gehen, er redet davon, dass Menschen gerettet werden. Angesichts solcher extremst wichtigen Dinge ist wirklich komplett egal, was ich heute zu Mittag gegessen habe oder wie ich morgen jetzt mir meinen Tag gestalten werde. Das ist nicht der entscheidende Punkt. Die Frage ist jetzt, ob wir tatsächlich im Bund mit Gott leben. Die Frage ist nicht, auf was wir alles verzichten sollen oder in welchen Übungen wir uns da befleißigen sollen, sondern die Frage ist, ob wir mit Gott leben. Wenn wir nämlich mit Gott leben, dann wird das zutreffen, was hier steht. Dann werden wir vor ihm unbefleckt und unsträflich im Frieden erfunden werden. Es gibt einen Text bei Paulus noch im Philippabrief, wo er sagt, dass Gott es ist, der in uns beides vollbringt. Nämlich das Wollen und das Vollbringen. Und natürlich, das muss ich schon dazu sagen, Genussmaximierung kann nicht mehr mein einziges Lebensziel sein. Auch in Anbetracht dessen, dass es darum geht. Wenn wir jetzt davon reden, muss man schon ehrlich sein, Heiligung hat nichts mit spontaner Glücksmaximierung am heutigen Tag zu tun. Mit Sinnesflimmern. Also das muss man schon ehrlich sagen. Also wenn du das genießen meinst, ja, insofern ist ein Christ doch ein Mensch, der seinen Sinn auch auf etwas anderes gerichtet hat. Dass das Genuss ausschließt, das wäre der Fehler. Dieses Schwarz-Weiß-Denken, das kann man, denke ich, nicht. Aber dass es eine andere Relevanz hat und das Genuss um meinetwillen vielleicht zurücksteht, um einer anderen Person willen, das wird durch die Heiligung möglich. Das heißt, Heiligung ist eher eine Chance, als dass es ein Einschränken meines Lebens wäre. Auch wenn es sich vielleicht im einen oder anderen Bereich so anfühlen mag, als wäre es eine Einschränkung. Aber eigentlich, du hast gesagt, es ist eigentlich eine Freiheit, eine neue Freiheit, die ich erlebe. Also es ist wie ein Diamant. Also es ist eine Chance. Eine Chance, die ich habe. Warenwerte des Lebens, wie sie von Paulus in Galater 5, die Frucht des Geistes, die da ist, Friede, Freude, Liebe und all diese Geduld, alles, wonach wir uns eigentlich sehnen, ja, das wird erfüllt. Das wird erfüllt, ja, weil ich meine, die Genuss, der Genuss alleine, es ist ein Moment, der befriedigt und dann hinterlässt er eigentlich ein großes Loch. Und die Frage ist, glaube ich, wo kommt das alles her? Und das ist, denke ich, das, was man schon in der Praxis erlebt, es ist schon auch immer wieder eine Herausforderung. Das ist schon wahr. Denn diese Dinge, Friede, Freude, die kommen aus meinem Innersten grundsätzlich nicht. Das heißt, in dieser Anwesenheit Gottes in meinem Leben passiert ja etwas mit mir und etwas mit meinem eigenen Ich, etwas mit meinem Egoismus vielleicht. Ein Gedanke ist mir schon nochmal wichtig. Also es klingt jetzt alles so, ja, Gott macht es dann schon und wir müssen, vielleicht könnte es so sein, wir sitzen nur da und es fällt uns in den Schoß. Aber ich merke doch in meinem Leben, dass mir der Heilige Geist Dinge aufzeigt. Ich denke zum Beispiel an Römer Kapitel 8, Kampf zwischen Fleisch und Geist und so weiter. Und ich denke schon, dass von uns schon auch der Gehorsam gefordert wird. Also mal wirklich Ja zu sagen und zu sagen, okay, dem möchte ich gerne folgen. Und für mich ist Gehorsam in diesem Sinn, dem Rat Gottes zu folgen, schon etwas ganz Wunderbares. Also ob schon dieser Begriff ziemlich schlecht belegt ist. Danke. Liebe Zuschauer, ich würde Ihnen wünschen, dass Sie heute mehr Mut bekommen haben, ein Heiliger oder eine Heilige zu werden. Vielleicht haben Sie durch diese Diskussion, durch dieses Gespräch eine neue Perspektive gefunden für das, was Heiligsein eigentlich bedeutet. In dem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute und wir freuen uns aufs nächste Mal. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.